Das sind unsere Boarding Passes Nice nice nice! Also wir sind noch nicht drin, aber wir sind jetzt in der Lane dafür In der Lane 2 Yes Niem contest I been thinking I need a break man last night to do right by you and focus on my love my touch to wrap up D I been thinking I need some time to get it right in my head Rewind my shit Start making my own day, yeah My friend Sugar Meet me in the middle Meet me halfway I can't wait Sugar Meet me in the middle Wir checken jetzt ein bisschen die Stadt aus Da sind ein paar Caféchen Dann shoppen wir nochmal eine Postkarte oder so Ja, das ist echt eine gute Idee, weil Ich will echt schon lange Und dann fahren wir Richtung... Wir schwimmen noch, dann sieht das gute Wetter Ja, das Ding ist... Wir suchen immer so nach Sachen, wo wir von einer Brücke springen können Rucksack, backpack, backpack Man wird sehen Auf jeden Fall Ich habe eben versucht zu filmen, es hat irgendwie nicht funktioniert Wir sind hier gerade auf dem Campground angekommen Die letzten Tage war halt eher weniger passiert Ich war richtig krank, ich hatte Fieber und Schüttelfrost Der Campground ist frei einfach, also wir müssen nichts bezahlen dafür Mega Ja Kacke getreten gerade In was auch immer Vogelkacke Ja Das ist todessüß Die haben hier eine kleine Bar, ein kleines Restaurant Eine Küche, Duschen und so Und es ist frei einfach, also es kostet nichts Wir müssen nur für die Duschen halt selber bezahlen Mega Mega Das ist alles Auf Wiedersehen Das ist Professional Bis zum nächsten Mal Mama Really Ja Das ist He frontier Bis zum nächsten Mal J compression Wie ich heute